Hallo, mein Name ist Stefan und heute zeige ich euch, wie Improvisation funktioniert. Das Wichtigste an Improvisationen ist... FONTALITÄT! Gute Arbeit Improv besteht aus 20% Gags und 80% Warten auf Lena Kupke. Und wie Warten aussieht, das zeigen wir Ihnen, euch jetzt mal jetzt. Sie ist verletzt! Sie ist verletzt! Sie ist verletzt! Sein ganz natürlich und authentisch. Oh, hallo! Schön hier zu sein. Ja, ich bin Lena, ich fahre immer in heißen Reifen, hat man ja auch gerade gesehen, deswegen bin ich mir ein bisschen außer Atem. Und ich freue mich total, hier zu sein. Danke. Was ist für dich das Wichtigste am Impro? SPONTANITÄT! Ja! 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 SPONTANITÄT! 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 Also, das hier ist das Interface, das ist die große Box, in der die ganzen Sachen zusammenlaufen und dann in den Laptop reinlaufen, wo das dann aufgenommen wird. Das wird natürlich angesteckt hier an das Stromkabel, an das Kraftwerk. Das kommt jetzt in Buchse 1 bis 4. Und man muss ganz kurz sagen, bei Gute-Arbeit-Impro hört der Spaß bei der Technik auf. Während wir die Technik aufbauen, höchste Konzentration. Okay, Boxe hoch! Nee, ich brauch noch so ein Ding. Komm, Föhrer hoch! Jeder! Florian, die bereit? Leder bereit! Katerer bereit! Stefan bereit! Zack! Ich hab keinen Bock, immer hab ich das mit dem Wackelkontakt. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, das kann ja nicht sein. Ich hör mich auf dem linken Ohr, hör mich gar nicht. Und auf dem linken Auge seh ich mich, also ich auch nicht mehr. Warte, das ist hier ganz, das ist schwierige Technik. Ich bin der Einzige, der das hier beherrscht. Es ist zu leise! Es ist zu leise! Es ist okay! Da kommt ihr nicht zusammen! Bitte mach's jetzt einfach mal lauter! Ich mach's langsam lauter, damit ihr Stopp sagt irgendwann! Es ist viel zu leiser! Ich hau meistens den Tweet raus, wo ich euch nach Begriffen frage. Wollt ihr dabei zuschauen? Okay, seid mit dabei! Hey Leute, habt ihr vielleicht Begriffe für uns? Fragen für einen Freund, einen Freund der Infokomedy macht. Es ist okay, lustig! Ich merke eure Augenrollen bis hierhin, okay? Aber mehr ist mir jetzt auf sie schnell nicht eingefallen. Da, die ersten Begriffe kommen schon! Darknet und Tabasco! Eins, eins, hallo, ah jetzt! So! Guten Tag und viel Spaß bei Gute-Arbeit-impro! Es freuen sich darauf zu improvisieren! Der wunderbare... Florentin Will, hallo, guten Abend! Der tolle... Stefan Tietze, schönen guten Tag! Die Wundervolle... Da können wir mal jetzt! Ja, und ich Lena Kuppi! Lena Kuppi! Das Wort kommt von... Benno und lautet Herzrasen! Ohhhh! Wie? Das ist nicht gut! Das ist eine Krankheit, die es ernst zu nehmen! Ja! Gute Arbeit! Leute, lasst uns wieder auf, weil er noch so... Und! Hahahaha! 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 Hahahaha!